ja hallo leute ich habe wieder euer Tozo mit let's play enslaved wir sind hier stehen geblieben nachdem wir da oben diesen geschützturm ausgeschaltet haben hinter uns kriecht odi hinterher und wir müssen da jetzt einfach weiter über die brücke schauen was da auf uns zukommt ein wenig ach da müssen wir rein Oh, die Absturzstelle. Wir sind fast da. Da sind überall Geschütze. Wird schwer werden, an ihnen vorbeizukommen. Wow. Vier Geschütze. Na gut, Trippi. Aber ich würde schon gerne wissen, wo du jetzt diese Kugel versteckst. Also, das kommt mir schon irgendwie spanisch vor. Aber ich habe es leuchtend gesehen, Leute. Deswegen. Sonst würde ich da gar nicht reingelaufen. So. Und jetzt? Laufen wir einfach los, ne? Oh, oh. Lang können wir uns da nicht spielen, gell? Lech ihn ab! Sicher! Es wird schwächer. Vorsicht! Halt! Halt! Komm, Monkey. Zeig uns. Was du kannst. Na klar. Stahlplatten sind kein Problem für Monkey. Und da kommt er natürlich nicht wieder rein, gell? Okay. Ich setze die Batterie ein. Lass mich mal versuchen zu... Oh, Mist! Die Schaltkreise sind durchgebrannt. Okay. Ich versuche mal, ob ich... Oh, sorry. Oh, ja. Das Antriebssystem funktioniert noch. Okay, Monkey. Steig ein. Oh, Mist. Fuck. Seht euch das an. Mach langsam! Nicht so schnell! Fahr nach rechts! Nach rechts! Oh, Leute. Da kacken wir schon schön ab. Was war da jetzt falsch? Die fährt da ohne uns durch die Gegend. Ich setze die Batterie ein. Lass mich mal versuchen zu... Oh, Mist! Die Schaltkreise sind durchgebrannt. Okay. Ich versuche mal, ob ich... Oh, sorry. Oh, ja. Das Antriebssystem funktioniert noch. Okay, Monkey. Steig ein. Ja, wie? Ups! Hey, hey! Hey! Ich bin ohne Dritt! Sorry! Oh! Ah! Ach, ich... Krieg ich raus wieder von... Mach langsam! Nicht so schnell! Oh! Fahr nach rechts! Nach rechts! Sorry! Lass mich doch rein, Schatz! Okay, hilf mir! Ja, hilf mir! Ich... Halt dich fest! Das wird heubrig! Schaut euch das an! Das gibt es ja doch nicht! Okay, hilf mir! Ja, hilf dir selbst, Schatz! Ich hab da meine Hände voll zu tun! Halt dich fest! Das wird heubrig! Schaut euch das an! Das gibt es ja doch nicht! Ja, ich bin einfach sprachlos! Ja, ich bin einfach sprachlos! Okay, hilf mir! Ja, wie? Ja, wie? Das wird auch nicht die Möglichkeit sein! Okay, hilf mir! Ah! Ich schicke! Ich verliere mich fest! Das war's häubrig! Nein, endlich! Jetzt... Monkey! Na... Dich zu schützen ist ja schon schwer. Aber wenn du uns beide unbedingt umbringen willst... Monkey! Beruhige dich! Sieh mal, wo wir sind! Die Absturzstelle! Hier ist das Sklavenchef abgestürzt! Wir sind da! Wir sind da! Oh, oh! Leute! Gut, dass du bist gern. Ich muss hier bekämpfen. Tja. Schau rein. Hilf mir! Was muss ich jetzt machen? Okay, ich hab Zugriff auf seinen Bauplan. Lebe ihn! Und geh näher ran! Schaff ihn mir vor Holz! Morgia! Geh! Sorgi, hilf mir! Das wird ein harte Stich-Arenden. Oh weh, oh weh. Was ist mit dir? Ein Bug. Was ist mit dir? Hau ab! Fuck you! Mensch, Odi! Halt, der Sack verschwindet. Oh oh. Das ist ja böse. Was ist mit dir? 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 Oh, da ist er noch immer nicht. Jenseits von du und böse. Was ist mit dir? Was ist mit dir? Was ist mit dir? Oh die, oh die. Komm, lass das sein. Sein braver Bauti. Was ist mit dir? Oh. Hahaha. Hahaha. Fuck. Ich bin ja viel zu schnell für mich selbst. Komm, du dreibeiniger Uli. Komm mir. Was ist mit dir? Das ist aber immer echt prägend, ne? Komm, einmal noch. Verflixt. Der ist auch mit drei Beinen recht rasch. Er ist fast tot! Mach ihn fertig! Komm jetzt! Ja, schaut euch das! Na? War das ein hartes Stück? Du sprichst mir aus der Seele! Der Erste, der einen getötet hat? Kann schon sein! Du hast es geschafft! Ja... Ja, ihr... Ja... Er ist ja so ein Macho, Leute! Schaut euch das an! Er ist ja... 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 Ja...